Jojojo Leute und hallo und herzlich willkommen hier in einer weiteren Aufnahme Rocket Leech zusammen mit Gary und Jörg, wir spielen wieder 3 gegen 3, Rekt. Hallo, hey. Und Gary rennt mal wieder mit seinem ersten Ballkontakt fast direkt ins Tor durch. Jetzt kommt die Vorlage und... Oh, der Wichser! Okay, der kommt auch gut. Ja, diesmal hab ich geschaut, ob der Gegner fährt. Oh. Nice one. Und der ist gefahren, aber vorbeigefahren. Lucky. Er sagt einfach Lucky. Ja, komm. Lucky. Skille! Alter, mein Mann. Schlechte Verlierer. Echt so? Wir beleidigen die ja auch nicht, wenn sie ein Tor schießen. Nur manchmal, so. Aber nicht offiziell. Oh. Okay, nice. Cool. Was war das denn? Nichts, weil sie scheiße sind. Schau, ich beleidige sie zumindest nur so, dass sie's nicht hören. Boah, komm. Schön, dass ich den rausgeholt hab, ne? Einer der Gegner hat grad mal wieder das Ende an unserem Pfosten gefunden. Der Pfosten ist einfach der Erzfeind in dem Spiel hier. Einmal gegen am Pfosten gekommen und ist vorbei. Oh, 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 oh wo bin ich denn hier bin ich aber was mit dem typ auch passiert es ist aber einfach alle weniger geleckt das hat das jetzt aber diesmal ist immer pink sogar in ordnung als so alter das geht ja gar nicht oh mein god jetzt geht wieder ja so langsam wird sie war verdammt nein es ist immer noch nicht die fucking likes okay sie würden aber das können wir doch machen so jetzt läuft sie gerade ja es läuft ja es läuft ja es läuft wieder es läuft wieder leute ich doch bei mir läuft sie da also ich habe immer noch wenn jemand dem ball zu nahe kommt aber nicht den ball zu nahe kommen auch schön ja du gehst neu ja du gehst neu ja klar ja ja das ist eine kleine kitties alle drei ja 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 da ja ja mal ja 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 Ja, da ist ein Wichsel. Und? Nein. Kommt wieder. Ja. Ich will nochmal rein. Doch nicht. Doch, doch, doch. Solche Schweine. Alter, ich kann nicht weg von der Wand. Warte schon, wenn ich da hochfahre und da springe, dann komme ich einfach nicht weg von der Wand. Ich habe bestimmt 5, 6, 7 Mal aus Springen gedrückt, die nicht von der Wand wegkamen. Kein Problem, passt. Ja, oder? Oh nein. Ach komm. Ich muss jetzt mal alleine drin sein. Ach. Oh nein. Geht er neben? Ja. Der war bei der. Oh ey, bei mir ist es ein bisschen dabei, als wenn er schon lange drin ist. Ja. Oder man könnte mal weg. Ich habe die meisten Punkte. Lappen. Das scheint dir ja sehr viel Spaß zu machen Lappen zu sagen. Oh nein. Ich bin in der Wand versunken grad. Oh nein. Mach was du da aus, mach was du da aus. Oh, schade. Nein. Oh noes. auch vorhanden wir kommen von der decke entlang gelaufen oh gott ich hole ihn aus der luft ich hole ihn aus der luft du willst ihn auch gut oh shit der war nicht schön ja wobei alter jo oh ja block ihn doch noch also nicht nur so oh no gary kommt bitte oder auch nicht schieß nach oh nein oh nein verdammt ja ja aber halt nur eines was so ein leck scheiß oh der der ist es seit jetzt zu kurz scheiße das war kein schönes spiel für mich Lappen ne minus 4 bei mir keine Ahnung ich glaube ich auch naja dann haben wir das erste spiel verloren äh begründung lag und dann mal gucken was beim nächsten mal passiert das mit dem lag kack hier hat mich grad schon ein bisschen so angekotzt muss ich sagen ja das wird schon ein wenig extrem ey wenn man seitdem du experte bist hast du unheimlich viele punkte kann das sein ja das kam erst seitdem du experte ist da bekommt man einen punkte boost ja sicher voll voll du hast eine rettung mehr du hast einen schuss mehr und er hat einen punkte was denn da los oh ich glaube jetzt sind die server dauern ne bei mir hast du gesagt bald wird läuft oder ja dann steht auch einmal da äh verbindung zum server nicht wirklich ja dauert aber zu kurz hm so wir geben dem ganzen jetzt noch einen try und wenn nicht dann haben wir hier grad mal schön gesehen wie die server dauern gehen ja Leute ich würd sagen ich beende an der Stelle mal die Aufnahme wir hatten ein schönes lag-game und wir sehen uns das nächste mal in einer weiteren Folge von Rocket Leech hoffentlich wieder mit Servern und bis dahin zu